Ebenso möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, unseren Meisterarchitekten und meinen guten Freunden Frank haben! Frank! Frank! Ach du Scheiße! Denn damit hier genug Platz für unser Luxusressort haben, müssen wir das alte Herrenhaus meiner Familie abreißen. Wir haben die Sprenganlage jetzt scharf geschaltet. Eine Minute noch! Du Scheiße! Wirklich war ein Druck! Nicht so gut! Scheiße! Frank! Frank! Versteckst du dich vor mir? Ja? Was soll mal einer sagen? Ich hätte nicht alles versucht. Ungeheuer! 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 Scheiße!